Heute, Osnabrück, kleine Freiheit, kleine Backstage-Führung, ganz nett hier, das finde ich am interessantesten. Internet gibt es auch, Wahnsinn. Hier gibt es nachher lecker Essen gleich. Und da draußen, ich gucke gerade Soundcheck, schauen wir vorbei. Was ist für dich, Dan? Arge! Oben bleiben! Oben bleiben! Michi macht Gottesdienst. Einige Effekte, Koffer. Gibt mir die Weisheit und Demo, nach 22.000 Niederstehen erneut aufzustehen und zusammen mit Chirp für Händler und Koffer. Gibt mir die Eintracht zu noch. Ob er diesen Knoten jemals wieder auseinanderkriegt, das seht ihr in der nächsten Sendung. Suchtverhalten. Es gibt hier Internet. Ich habe es gerade gefunden. Hier steckt es. Da steckt es. Es ist einfach versteckt hinter der, wie wir wussten, so aus der Wand rausziehen, aber wir haben es geschafft. Suchtverhalten? Ja. Ich muss noch fahren. Es wird hektisch, die Auftrittsvorbereitungen. in der Flasche. 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 Suchtverhalten. Spontan. Nasenrohr. Macht süchtiger. Suchtverhalten. Am 22. November, dem Aktionstag für Licht ins Dunkel, steht das ganze Programm im Zeichen dieser Spendenaktion. Zum Auftrag stellt BW schon heute ein besonderes Projekt vor. Kann man dann nicht so etwas schießen, wo ich einfach irgendwelche Leute abschießen kann?